So, ist schon ein harter Mob, aber ich glaube, wir kriegen es hin. Nein, wir sind drei Leute, wir haben einen Zap dabei. Ich buffe noch mal rein hier. Ich kann keine Weihe usen, weil Weihe... I can't use Concentration. Yes. Second try Rogue for Six. Das Ding ist, ich kann kein Weihe usen wegen Dings. Oh, warte, wir haben noch einen dabei. Sehr gut. Ist ja sogar hier. Der ist in... Ist in Tanaris. Plus do it. We reset if fail. Reset point. Right side, jump down. Also, Plan ist... Plan. Zap moon. Kill. Add and X. Das ist der Plan. Und wenn irgendwas schief geht, schlampen wir rechts runter. Split Pulling? Äh, it doesn't work. Ride with Hunter. Split Pulling geht nicht. Habe ich schon mal gemacht. Ja, ich kenne den Boss. Den Mob. Äh. Share. Bitte? Maltyrus Quest. Haben wir. Na gut, dann... Wollen wir rein. Zap moon. Prischild. Ja, wäre gut. Ah, respawn kurz. Und ich ziehe die beiden Mobs dann zum Reset Point hin. Ja. Okay, ich dring nochmal rein. Der Boss ist echt glücklich. So. Mit die weg. Und dann machen wir den Großen. Ich denke, der Plan wird klappen. Ich denke schon. Okay, der kriegt schon mal kein Damage. Ich kann ihn nochmal healen. Ich tank schon mal den nächsten an. Okay. Ready? Or reset. Wir können auch resetten. Okay, ready. Let's go. Wird schon werden. Ich mach Schatten aura. Gegen den. Guter Schieb. Ist das pelle ich beides runter? Ich krieg halt kein Akroner. Das ist schon hart. Ich nehm einen Mana-Pod. Er ist auch gleich oben. Um zu. Ich krieg kein Akroner. Oh, das ist traurig. Oh, naja. Da viel war nicht gut. Ich kenne die Melee-Bocken. Aber es geht. Der ist nämlich jetzt Auto-Mana. Good Job. Es hat geklappt. Geh es. Bis dahint. Dann. See you next time.